Ja, komm, du hast die Ehre, du hast die Ehre, das ist topf, das ist topf, das ist richtig geil, das ist Lederzunge drin, oder? Ja, bunt gestempelt halt, oh man, guck mal hier. Erste Welt hochschule, komm, rauskommt, rauskommt, rauskommt. Alter, Alter. Boah, der Herstler ist groß geil. Alter, der Herstler ist groß geil. Perfekt halten in diesem scheiß Schlamm. Boah, war die schönheit. Nimm mal den Ast und kratzt das mal frei oder so. Alter, leg mich schon mal an. Leg mich schon mal an. Und das Leder ist dadurch auch noch so weich, ne? Das hast du Glück gehabt. Ja, das hat mich auch direkt angezogen hier, ne? Ja. Ich wusste ja nicht, dass du das hier gefunden hattest, deswegen bin ich direkt nachgegangen, weil ich euch das interessant fand. Hattest du das jetzt auch so gefunden? Hm? Hattest du das auch gefunden? Ja, ich hab's gefunden und hab erst gedacht, ich hätte ein eigenes gefunden. Dann hab ich erst gecheckt, dass es deins ist. Boah, ich hab's extra drin gelassen. Hat ein bisschen weh gerade. Hast du hier einen Hersteller drauf? Boah, das ist top. Hast du ein Bild gemacht, wie's da drin liegt? Wie's halt hier lag. Boah. Wooww. Woow. 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 Waa. Woow. Those sind시gräbats. Ich wohne eine widen. Woow. Woow w auch. Woow. Kenifer. die rückseite ist auch noch schön schön tragespuren die rückseite ist die rückseite ist es ist meistens kontraproduktiv wenn Wasser verschmierst du es eigentlich nur immer was haben wir gebraucht die rückseite ist die rückseite ist es ist doch so geil wenn die Leute da drüben in Schock was hat er gesagt egal du kannst trotzdem rennen ja ist so die rückseite ist die rückseite ist die rückseite ist das kann ja nur noch das andere Teil sein das ist ein Nagel so gutes Signal das ist das ist das ist das ist das freut mich das ist das ist das ist das ist das ist das ist n n n n n n n das hast du dir vorgemacht, wenn es an der tanne liegt, dann ist es mehr durch ein kabel ist cool musst du ja im hotel immer mit wasser machen ja, ich bin mal gespannt, welcher hersteller kann ja gut sein, dass da einer drauf ist bei meinen letzten drei waren auf keinem hersteller drauf was? echt? letztes mal zwei gefunden, zwei schlösser, beide waren mit hersteller nur von dem tag davor, das luftwaffe, das war richards siepert uns irgendwie rs und es, mein marineschlösser, lüdenstein oder? glaub ja wie? wieso liegt hier ne blanco? wieso? 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 wieso?